Das fängt morgens an um 8 Uhr, geht bis abends um 8. Das heißt, wir haben die unterschiedlichsten Kurse. Morgen etwas entspannter, mittags geht es dann auch mal ein bisschen runder und abends dann wieder Entspannung. Zwischendurch machen wir dann noch Saunaaufgüste, das gehört auch noch mit dazu. Freizeit und Job miteinander verbinden ist echt mega cool. Es gibt glaube ich nichts besseres, wo man den ganzen Tag immer mit Menschen zu tun hat. Man kann super super viel erleben, es sei Freizeit oder auch natürlich auf der Arbeit. Das ist halt das, was mir super super viel Spaß macht. Mein größtes Event war Anfang des Jahres das Holy Festival in Indien. Da war ich mit dabei. Das war so mit das größte Erlebnis, was ich bis jetzt privat bei AIDA miterleben durfte. Ich habe schon vor, noch als Supervisor fahren zu können. Das ist eine höhere Position bei uns im Sport. Das heißt, dass ich dann mehr Verantwortung habe quasi als Leiter im Sportbereich. Vom Schiffsleben, vom Arbeiten her, es ist also echt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also zu 100 Prozent erfüllt. Euer Christian. Ich habe keinen Tag gemacht.